Wenn es normal realisiert, dass ich hier schon seit 10 Minuten sitze, eben von ihrem Liegen so aufgesprungen und hat mich ganz verwirrt angeguckt, so wie jetzt. Das macht sie, wenn sie realisiert, dass ich hier schon 15 Minuten sitze. Ja. Sie sind dann immer sehr erschrocken und nähern sich. Hier ist noch das Essen, was sie jetzt verschiebt. Und jetzt ist sie weiter. Perfekt. Perfekt, girl. Erst verschieben, dann essen und tschüss.